14. März 2008, Pleasanton, Kalifornien Der Stadtteil Castlewood ist etwas, das man umgangssprachlich eine Gated Community nennt. In diesem Bereich der Stadt leben nur Menschen, die einen gewissen gehobenen Lebensstandard führen können. Diese geschlossenen Wohnanlagen sind wie geschaffen, um in Luxus und Ruhe zu leben. In Castlewood sorgt zusätzlich auch noch ein privater Sicherheitsdienst dafür, dass alle, die dort wohnen, sich noch sicherer fühlen können. Als an jenem Tag ein Sicherheitsmann zum Haus von Ernest und Charlene Shearer geschickt wird, denkt sich erst einmal niemand etwas. Ja, die Tochter Catherine hatte telefonisch darum gebeten, jemand möge doch bitte einmal bei ihren Eltern vorbeischauen. Sie habe seit einer Woche nichts mehr von ihnen gehört, das sei komisch, denn sonst würden sie täglich telefonieren. Aber sicherlich war dies nur ein Missverständnis. Was soll ihnen denn auch hier in dieser ruhigen Gegend schon passiert sein? Doch auf das Klopfen und Klingeln des Sicherheitsmannes reagiert auch niemand. Merkwürdig. Die Autos stehen doch noch da. Dem Mann bleibt nichts anderes übrig, als zu schauen, ob er eventuell durch eines der Fenster etwas sehen kann. Und so erkennt er, was los ist und ruft umgehend den Notruf. Ernest und Charlene Shearer Die Autos waren das klassische Klischee eines erfolgreichen Traum-Ehepaars. Ernest war Immobilienmakler und Investor. Er hatte seine eigene Firma, die mehr als erfolgreich lief. Und Charlene war ebenso erfolgreiche Professorin für Betriebswirtschaft. Das Ehepaar hatte zwei Kinder. Sohn Ernest, den dritten, den alle Ernie riefen, und Tochter Catherine. Die Kinder wachsen aufgrund des hohen Einkommens unter sehr guten Verhältnissen auf. Ernest und Charlene war es sehr wichtig, ihren Kindern viel zu ermöglichen. Das Motto hieß, du musst die Dinge sehen, um sie richtig aufnehmen zu können. Darum unternahmen die Eltern sehr viel mit ihnen. Wann immer es möglich war, gingen sie gemeinsam auf Reisen. Als Ernest und Charlene Shearer an jenem Morgen des 14. März 2008 ermordet in ihrem Haus aufgefunden werden, sind alle in dieser kleinen und friedlichen Gemeinde Castlewood entsetzt. Sowas war noch nie vorgekommen. Diese Gegend ist eigentlich sehr, sehr sicher. Das Größte, was je passiert ist, war eine zu laute Cocktail-Party. Die Polizei beginnt mit den Ermittlungen. Beide Opfer wurden erst mit einem schweren und dann mit einem spitzen Gegenstand niedergestreckt. Ernest besaß eine Sammlung Dekorationsmesser. Eines davon fehlte. Doch was der andere Gegenstand war, ist unklar. Beide liegen dort seit mindestens einer Woche. Es wurde versucht, das Ganze als Raubüberfall zu tarnen, aber sehr, sehr schlecht. Der Beamte sagte, es sah aus, wie als hätte jemand einen Film gesehen und dann das Haus dementsprechend so hergerichtet. Schubladen waren durchwühlt, Schränke ausgeräumt, es herrschte Unordnung, aber nicht das Geringste fehlte. Die Jeanshose von Ernest lag unter anderem über einem Stuhl. Man hat das direkt gesehen, sobald man den Raum betreten hat und auch, dass da ein Batzen Bargeld in seiner Hosentasche ist. 8.000 Dollar in Bar und auch sonst lagen Dinge herum wie Schmuck etc., alles unberührt. Jemand, der hier nach Wertgegenständen gesucht hat, hätte das nie im Leben übersehen. Im gesamten Haus wurde keine einzige fremde DNA gefunden, nur die Familie. Das Einzige an Spuren, was sichergestellt wird, sind ein paar Schuhabdrücke der Größe 12. Es ist deutlich, dass die Person, die das getan hat, kein Unbekannter für Charlene und Ernest war, denn es finden sich auch keine Einbruchsspuren. Beide trugen noch ihre Nachtwäsche. Da das Ehepaar zuletzt am 7. März gesehen wurde und dies auch der letzte Tag war, an dem die Zeitung hereingeholt wurde, ist der Tatzeitpunkt schnell eingegrenzt. Die Beamten beginnen, die Familie und das nähere Umfeld zu befragen, in der Hoffnung, sie können die einzelnen Puzzlestücke, die sie haben, so besser zusammenfügen. Die inzwischen erwachsenen Kinder des Ehepaars reisen an. Beide lebten jeweils in ihren eigenen Häusern in anderen Städten, die mehrere Autostunden entfernt waren. Darum ist auch keiner schon vorher vorbeigekommen, um nach den Eltern zu sehen. Tochter Catherine telefonierte täglich mit ihren Eltern. Als diese nicht auf ihre Anrufe reagierten, dachte sie sich, ja, womöglich ist das Telefon kaputt oder der Anschluss. Beide Kinder waren sehr bestürzt über das, was passiert ist. Es war sehr emotional. Ernie sowie seine kleine Schwester Catherine erzählen in ihren Befragungen, beide unabhängig voneinander, von einer sehr erfüllten und liebevollen Kindheit. Sicherlich gab es auch mal Ärger. Die Eltern wollten, dass ihre Kinder zum Beispiel sehr gut in der Schule sind, damit sie später einen gut bezahlten Job haben. Doch sie gaben ihnen auch sehr viel zurück. Keiner von beiden hatte Probleme, die Erwartungen der Eltern zu erfüllen. Die Familie stand sich sehr nahe. Eigentlich hatten sie an diesem Wochenende einen großen Familienausflug nach Hawaii geplant. Charlene und Ernest besaßen dort ein Haus. Keiner weiß, wer diesen liebevollen und gutmütigen Menschen das antun konnte. Beide haben für den fraglichen Zeitpunkt ein felsenfestes Alibi. Catherine war mit ihrem Mann und den Kindern in einer anderen Stadt, weit entfernt. Das belegen Aufnahmen einer Überwachungskamera. Ernie fuhr an diesem Abend von Las Vegas nach Hause. Das belegen Handydaten und Kontobewegungen. Außerdem tragen beide eine kleinere Schuhgröße als die, die im Haus gefunden wurde. Also beginnen die Beamten, das nahe Umfeld zu durchleuchten. Das gestaltet sich als überraschend schwierig. Während Ernie und Catherine ihre Eltern noch als gute und ruhige Menschen beschrieben, verneinten das Freunde, Bekannte, Kollegen wieder. Charlene war eine Seele von Mensch, da waren sich alle einig. Doch Ernest war, wie sich herausstellte, ein unfassbar unbeliebter Zeitgenosse. Die Gemeinde von Castlewood respektierte ihn als Mensch, aber hinter seinem Rücken haben ihn alle verachtet. Wer die Möglichkeit hatte, ging ihm aus dem Weg. Das Problem, Ernest war nur zu Hause ein liebevoller und fürsorglicher Mensch. In der Öffentlichkeit war er nicht selten aufbrausend, besserwisserisch und unendlich arrogant. Seine Mitarbeiter verachteten ihn. Die Menschen in der Gemeinde hatten ihn auch sehr ungern um sich. Er konnte richtig aggressiv werden, wenn es mal nicht nach seiner Nase ging. Ernest war zum Beispiel nebenbei im Schulrat tätig. Dort wurde er aber suspendiert, weil er sich aufführte, als sei er der Präsident, der alles bestimmen darf. Es war für niemanden tragbar, weil man ihm nachweisen konnte, dass er immer, wenn die Dinge sich nicht so entwickelten, wie er wollte, er richtige Intrigen gesponnen hat, um Dinge zu manipulieren, hat man ihn aus dem Schulrat geworfen. Selbst nach seinem Rauswurf hat er nicht aufgehört. Wenn er mitbekommen hat, dass der Schulrat dies und das beschlossen hat, ist er in der Nachbarschaft umhergewandert und hat Unterschriften gegen diesen Beschluss gesammelt. Ernest ging den Leuten so oft mit seiner aufbrausenden Art auf die Nerven, dass er sogar von den Menschen aus der Gemeinde immer mal wieder bedroht wurde. Sohn Ernie meinte, es könnte vielleicht ein anderer Pokerspieler gewesen sein. Er, sein Vater und sein Großvater waren alle drei leidenschaftliche Pokerspieler. Ernest war da auch für seine sehr aufbrausende und arrogante Ader bekannt. Ja, am Ende steht die Polizei mit über 20 Verdächtigen da. Und dann auch wieder nicht, weil absolut jede Person, die den Hauch eines Motivs hatte, auch gleichzeitig ein felsenfestes Alibi präsentieren kann. Das Ganze war zum Verrücktwerden. All diese Hinweise, aber nichts passte zusammen. Oder doch? Es gab eigentlich nur eine Lösung für diesen Fall. Es muss einer der beiden Kinder gewesen sein. Warum sollte man das Ganze sonst als Raubtarnen, aber dann unter anderem 8000 Dollar in Bar liegen lassen? Der Täter hat gewusst, das muss man nicht einsammeln. Das gehört ihr oder ihm sowieso bald. Die sichergestellten Abdrücke im Haus zeigen eindeutig, dass der Täter sich ausgekannt haben muss. Er lief ganz bewusst auf diesen einen Schrank zu, wo Ernest diesen Dekorationsdolch aufbewahrte. Da Catherine ein sicheres Alibi hat, an dem es nichts zu rütteln gab, vertrauen sich die Beamten ihr an. Catherine ist entsetzt, als man ihr sagt, dass Ernie möglicherweise für all das verantwortlich sein könnte. Sie meinte, das kann nicht sein. Ihre Familie war im Umgang miteinander immer liebevoll. Ihr großer Bruder war nie aggressiv, er hatte keine Probleme. In ihren Augen gab es auch keinen Grund, dass er sowas macht. Außerdem hatte er ja auch ein Alibi und eine andere Schuhgröße. Ja, das mit der Schuhgröße stimmte nach wie vor, nur war das Alibi von Ernie zu diesem Zeitpunkt bereits wieder hinfällig. Es stimmte zwar, dass er an diesem Tag mehrere Stunden in einem Auto gesessen ist, ewig weit weg, doch in den Handydaten gab es eine Lücke von 17 Stunden. Die Polizei dachte zuerst, ja, vielleicht ist er irgendwelche Schleichwege gefahren, die gibt es ja in den USA zu Genüge und da gibt es auch keine Handymasten, aber bei einer zweiten Begutachtung sahen die Beamten, dass das Handy in dieser Zeit nirgends eingeloggt war, weil es manuell ausgeschaltet wurde. Da ergibt sich die Frage, warum hat Ernie das getan? Man fuhr die Strecke dann auch ab, die er gefahren sein muss und siehe da, er hatte die Zeit gehabt, zu seinen Eltern zu fahren und dann wieder nach Hause. Locker. Die Beamten finden außerdem heraus, dass er sich wenige Tage nach der Tat neue Autoreifen gekauft hat und sein Auto in eine Waschanlage gebracht hat, wo er es lupentief reinigen ließ. Innen wie außen, das war mega teuer, diese Reinigung. Er hatte nicht mal eine Woche nach dem Tod seiner Eltern Kontakt zu dessen Nachlassverwalter aufgenommen. Er bat um Einsicht in das Testament. Sehr merkwürdig. Hat man nach so einem Ereignis nichts Besseres zu tun, als seinen Wagen zu waschen und zu fragen, was man so erbt? Das Testament war sehr interessant. Ernie sowie Catherine sollten nach dem Ableben ihrer Eltern jeweils 2 Millionen Dollar ausgezahlt bekommen. Allerdings erst, wenn sie jeweils das 30. Lebensjahr erreichen. Zufällig wurde Ernie in wenigen Wochen 30. Ja, das beweist natürlich gar nichts, aber so viele Zufälle auf einmal sind keine Zufälle. Die Beamten beobachten Ernie, folgen ihm auf Schritt und Tritt. Zwei Wochen nach der Tat nimmt eine junge Frau namens Adrienne Salomon Kontakt zu Ernie auf. Eigentlich wollte sie ihm nur Beileid wünschen, doch die beiden beschließen am Ende, da sie sich schon lange nicht mehr gesehen haben, dass sie sich doch auch mal wieder treffen könnten. Bevor dies jedoch geschieht, nimmt die Polizei Kontakt zu Adrienne auf. Sie lebte auf der anderen Seite der USA, daher fand das Gespräch Telefones statt. Sie stellt sich den Beamten als alte Freundin vor, gibt dann aber auch zu, dass sie und Ernie ein Liebespaar waren. Der Polizist meint daraufhin, wie lang ging ihre Affäre, woraufhin Adrienne antwortet, zwei Jahre. Aber nein, nein, das war keine Affäre, sie waren richtig zusammen. Zwar in einer Fernbeziehung, Ernie lebte ja in Kalifornien, aber sie sahen sich so oft es ging und sie hatten Zukunftspläne, sie wollten Kinder, sogar einen Verlobungsring hatten sie sich schon angesehen. Adrian meinte, sie habe die Beziehung dann aber beendet, weil sie einfach seinen Vater Ernest nicht mochte. Er war ihr gegenüber immer sehr kalt und ihr war Familie sehr, sehr wichtig. So einen Menschen wollte sie nicht als Schwiegervater haben, aber zwischen ihr und Ernie gab es eine richtige Liebesbeziehung. Der Polizist erwidert daraufhin, sie wissen also nichts von seiner Ehefrau und seinem Sohn. Ja, das war der nächste Kracher. Zunächst einmal, Ernie war, wie bereits gesagt, wie sein Vater und dessen Vater, ein begeisterter Pokerspieler. Nur er war der erste in der Familie, der den Versuch startete, dies zu seinem Hauptberuf zu machen. 2006 hing er, obwohl sein Vater zunächst dagegen war, seinen gut bezahlten Job an den Nagel, um professioneller Spieler zu werden. Er ist besser als erwartet. Im ersten Jahr verdient er 100.000 Dollar. Darum war er auch so oft in Las Vegas und reiste auch generell viel herum. Er war landesweit auf Turniere. Und ja, Ernie war 2008 auch seit etwa neun Jahren verheiratet mit einer Frau namens Robin. Die beiden hatten sich via Chat während des College kennen und lieben gelernt. Sie hatten zu dem Zeitpunkt einen drei Jahre alten Sohn namens Ernest IV. Und wie die Polizei ermittelt, war Adrian bei weitem nicht die einzige Geliebte. Jedes Mal, wenn Ernie in einer Stadt war, betrug er grundsätzlich seine Ehefrau. Der Polizist sagte einmal, er hat irgendwann aufgehört zu zählen, aber es waren mit Sicherheit über 100 Frauen, die sie ausfindig gemacht haben und die etwas mit ihm hatten. Er hat denen nie erzählt, dass er verheiratet war. Manchen hat er sich sogar unter falschem Namen vorgestellt und Dinge behauptet, wie er wäre Schriftsteller und so weiter. Ein paar dieser Damen machten sehr interessante Aussagen. Zum Beispiel schilderte eine, die ihn nach diesem 14. März kennenlernte, wie sie am Abend mit Ernie in sein Hotelzimmer ging und er auf einmal anfing, die Möbel zu verrücken, aufzustapeln und damit die Hotelzimmertür zu verbarrikadieren. Er sagte zu dieser Frau, ja, das muss er machen, er ist professioneller Spieler und da hat man viele Feinde. Außerdem hatte er Handschuhe dabei und Werkzeug, um sich notfalls aus dem Fenster abseilen zu können. Die Frau hat dann das Zimmer unter einem Vorwand verlassen und ist dann ganz schnell abgehauen. Eine andere Dame sackte aus. Sie war dabei, als Ernie den Anruf bekam, indem ihm mitgeteilt wurde, was mit seinen Eltern ist. Sie sagte, sie war so perplex, weil er so emotionslos und gefasst reagiert hat. Das war schon fast gruselig, wie sie meinte. Adrian war nach dieser Nachricht natürlich am Boden zerstört. Vollkommen angewidert brach sie den Kontakt zu Ernie wieder vollständig ab. Jetzt war ihr auch klar, warum Ernest, wenn er mal nach Las Vegas kam, um seinen Sohn zu sehen, so abweisend zu ihr war. Der wusste, dass sein Sohn verheiratet ist und warum sie nie seine Mutter oder seine Schwester kennenlernen durfte. Was Ernest von dem Doppelleben seines Sohnes hielt, konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. Das alles ist jetzt natürlich auch wieder kein Beweis, dass Ernie etwas mit dieser Tat zu tun hat. Aber unbedeutend ist das auch nicht. Die Beamten beschließen, an diesem Punkt Robin, Ernie's Ehefrau, in die aktuellen Ermittlungen einzubeziehen. Sie selbst hat für jenen Tag ein Alibi. Sie war bei ihren Eltern. Und das ist auch nachgewiesen. Natürlich bricht auch für sie eine Welt zusammen. Sie war vollkommen ahnungslos. Nie im Leben wäre sie auf die Idee gekommen, dass ihr Ehemann so massiv fremd geht. Doch sie sagt den Ermittlern auch direkt, es ist egal, was er mit diesen Frauen gemacht hat. Meine Gefühle sind jetzt erstmal nicht wichtig. Wenn Ernie etwas mit dem, was passiert ist, zu tun hat, muss er dafür bestraft werden. Zwei Wochen nach der Tat, als die Beamten von Ernie's Doppelleben erfahren, hat dieser sich übrigens verabschiedet. Seiner damals noch vollkommen ahnungslosen Ehefrau sagte er, er wird sich jetzt eine Auszeit genehmigen. Er wird eine Weile auf der Straße unterwegs sein, Turniere wahrnehmen. Er meldet sich bei ihr. Er wusste, dass die Beamten ihn beobachten und dachte, so könnte er es ihnen schwerer machen. Je mehr er in der Gegend herumtuckert, desto besser. Doch die Beamten hatten kein Problem, ihn zu verfolgen und nebenbei sein Doppelleben aufzudecken. Er war ja als Pokerspieler auch bekannt. Und verstecken ging da kaum. An seinem Auto war außerdem ein GPS angebracht. Ab dem Moment, als seine Ehefrau Robin dann dabei war, ging es richtig ab. Sie hat alles offengelegt. Die Konten, sein PC und so weiter. Alles Dinge, an die die Polizei eben nur mit einem Durchsuchungsbefehl herangekommen wären. Und das half immens. Robin erzählt, sie war einmal mit Ernie nach der Tat in dem Haus, um etwas zu holen. Er ging direkt auf diesen Schrank zu, holte eines dieser Dekorationsmesser seines Vaters hervor und sagte, Oh, mein Vater hatte doch davon zwei. Ich frage mich, wo das andere nur hin ist. Sehr makaber. Robin wurde sogar von den Beamten liebevoll dritter Detective genannt. Sie war in Anbetracht der Situation unglaublich mutig. Das Telefon bei ihrem Haus wurde verkabelt. Sie hat jedes Mal, wenn Ernie sich gemeldet hat, versucht, irgendwas aus ihm heraus zu quetschen. Leider vergeblich. Oder sagen wir fast, es gab nur ein halbwegs wichtiges Gespräch. Die Polizei konnte anhand einer Überwachungskamera in der Straße in der besagten Nacht ein Auto filmen. Die Qualität dieser Aufnahme ist, wie sollte es auch anders sein, ein absoluter Witz. Man sieht gerade so ein rotes Auto, dasselbe, das Ernie hat, aber man erkennt weder das Gesicht des Fahrers noch das Kennzeichen. Doch da Ernie das nicht weiß, versucht Robin, ihm einen Bären aufzubinden. Sie sagt bei ihrem nächsten Telefonat, Die Polizei hat ein Video sichergestellt, wie dein Auto in der Tatnacht die Straße entlang fährt. Und dann hört man auf der anderen Seite der Leitung erst einmal nur etwa 5 Sekunden lang peinliches Schweigen. Robin sagt, hallo, bist du noch da? Und Ernie blubbert nur etwas von wegen, ja, sieht man den Fahrer? Erkennt man den? Robin lügt und sagt, ja, das bist du. Du sagtest doch, du warst am 7. März nicht dort. Und Ernie meint dann nur, er wird nicht am Telefon mit ihr darüber reden. Durch Robin erfuhren die Beamten aber auch endlich, dass Ernie sehr wohl ein Motiv gehabt hat. Er hatte fast eine Million Dollar Schulden. Wie kann das sein? Nun, 2006, nach diesem fabulösen ersten Jahr als Spieler, dachten sich Ernie und Robin, dass es an der Zeit wird, sich zu vergrößern. Sie kauften ein großes Haus. Da sie aber nur die Anzahlung hatten, fragte Ernie seinen Vater, ob er ihm nicht den Rest borgen könnte. Ernest war sehr großzügig, darum gab er ihnen 616.000 Dollar. Aber nur, wenn sein Sohn ihm verspricht, das Geld innerhalb sechs Monaten zurückzuzahlen. Ernie sagte, kein Problem, das schaffe ich. Naja, Pustekuchen. Das zweite Jahr lief sehr, sehr schlecht. Ernie wurde auch aus mehreren Casinos in Las Vegas verbannt, weil man ihn beim Schummeln erwischt hat. Robin wusste aber nur von 600.000 Dollar, die sie Ernest schuldeten. Tatsächlich war die Summe deutlich höher. Ernie hatte, um sein Doppelleben zu kaschieren, mehrere Kreditkarten gehabt. Er lud seine Affären immer groß zum Essen aus, übernachtete in teuren Suiten. Also kamen zu den 600.000 Dollar noch 300.000 Dollar Kreditkartenschulden dazu. Robin meinte, Ernie konnte das Geld nach sechs Monaten leider nicht zurückzahlen. Darum gab es Zoff. Er wollte sich um einen Kredit bemühen und dann geschah der Mord. Die Beamten müssen sich allmählich beeilen. Das Ganze zog sich nun schon über Monate. Und es sah so aus, als würde Ernie seine Flucht planen. Er googelte nach Ländern, die einen nicht an die USA ausliefern. Einer der zuständigen Detektives geht darum noch einmal alle Beweise durch. Und bingo. Im Haus wurde damals eine Art Papier gefunden, das zu einem Baseballschläger gehörte. Dem Beweis wurde anfangs keine Beachtung geschenkt. Doch dann denkt sich der Beamte, was wollen zwei auf die 60 zugehende Baldrentner mit einem Baseballschläger und da kam es ihm. Das war die noch zweite unbekannte Tatwaffe. Ernie hat an jenem 7. März an einer Tankstelle getankt. Neben dieser Tankstelle ist zufälligerweise ein Outlet-Store. Es gibt keine Videoaufnahmen, aber die Beamten finden eine Abbuchung. Jemand hat dort an diesem Tag einen Baseballschläger, Sneakers in Größe 12 und Handschuhe gekauft. Bar bezahlt. Das ist einfach kein Zufall. Auch der Staatsanwalt sieht das so. Darum gibt er für die Verhaftung von Ernie grünes Licht. Ernie selbst gab sich auf dem Revier unfassbar arrogant. Er lächelt sogar auf dem Foto, das von ihm gemacht wurde. Er meinte, die Beamten haben gar nichts in der Hand. Und spätestens in ein paar Monaten ist er wieder draußen. Er versuchte auch zu verhandeln. Er meinte, zeigt mir die Aufzeichnungen von der Überwachungskamera und ich sage euch, was ich weiß. Aber darauf ließ sich die Polizei nicht ein. Der Prozess um diesen Fall war sehr spannend. Leider waren keine Kameras gestattet. Unrecht hatte Ernie nicht. Sie hatten gegen ihn nur Indizien. Die Beamten rekonstruieren den Fall folgendermaßen. Ernie hatte massive Schulden, die er niemals im Leben hätte abbezahlen können. Er fuhr an diesem 7. März von Las Vegas nach Hause. Er tankt, schaltet sein Handy aus, kauft in einem Sportgeschäft Baseballschläger, Schuhe und Handschuhe. Dann fährt er zu seinen Eltern, begeht die Tat, um sicherzugehen, dass keiner überlebt, nimmt er zusätzlich den Dekorationsdolch aus der Sammlung seines Vaters. Anschließend fährt Ernie nach Hause. Auf dem Weg entsorgt er seine Kleidung und alles andere. Die Sachen werden nie gefunden. Das Motiv war klar und er hatte die Zeit, das alles zu machen. Sein Doppelleben und mit all diesen Frauen beweist eigentlich, dass er kein Gewissen hatte. Die Beamten waren aber bis zum letzten Tag am Zittern. Vor allem da Ernie anfing, mit einer der Geschworenen zu flirten. Doch er kommt nicht damit durch. Am Ende wird er zu zweimal lebenslänglich verurteilt. Er soll sehr verblüfft reingeschaut haben, als das Urteil verkündet wurde, so nach dem Motto, er kann nicht glauben, was hier gerade passiert. Das Traurige an diesem Fall ist, Ernie kam erst durch seinen Vater an das Pokerspielen. Ernest soll, als sein Sohn mit 19 auszog, um aufs College zu gehen, gesagt haben, es ist so schade, wenn Kinder ausziehen. Sie brauchen einen Grund, um immer wieder nach Hause zu kommen, sonst gehen sie in die Welt hinaus und man verliert sie. Ernest brachte Ernie das Poker nahe, während Charlene sich mit Catherine ein gemeinsames Hobby anschaffte. Choleriker hin oder her, Ernest hätte seinem Sohn sicherlich aus der Patsche geholfen, wenn er sich ihm anvertraut hätte. Catherine Shearer ist bis heute am Boden zerstört. Sie hat zu ihrem großen Bruder immer aufgesehen und er hat sich wegen Geld dazu entschieden, Eltern und Großeltern allen wegzunehmen. Sie würde ihn gern fragen, ob es das wert war. Robin sagte, sie ist fertig mit ihrem inzwischen Ex-Ehemann. Sie wird sicherstellen, dass ihr Sohn weiß, was für wundervolle Großeltern er gehabt hat. In einem Interview sagte sie, ihr Sohn hat keine Erinnerungen an seinen Vater. Er weiß nur, dass sie mal mit jemandem zusammengelebt haben und dass diese Person ein rotes Auto fuhr. Eines Tages muss sie ihm diese Geschichte erzählen. Ernie hat 2013 versucht, den Fall neu aufrollen zu lassen. Das wurde abgelehnt. Und wie immer zum Schluss, wer kannte diese Geschichte? Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich fürs Zuhören.